Eine kleine Triggerwarnung, bitte guckt euch das Video nur an, wenn ihr im Moment emotional gefestigt seid und wenn ihr nicht an einer Essstörung leidet. Oder wenn ihr euch stark genug fühlt, euch damit auseinanderzusetzen und Personen in eurer Umfeld hat, die euch helfen. Wie kann sich ein und derselbe Moment so unterschiedlich anfühlen? Warum hasse ich das alles hier so sehr, während alle anderen diese Zeit am liebsten für immer festhalten würden? Das stimmt nicht mit mir. Mein Blick wandert wie bei einem Bodyscan über jede einzelne von ihnen und findet die Antwort schneller, als mir lieb ist. Memo und mich stellen nur Fragen, deren Antworten du hören willst. Wenn ich unsere Körper direkt vergleiche, ist allein mein linker Oberschenkel deutlich breiter als jeder ihrer schmalen Taillen. Sie sehen einfach perfekt aus. Keine Dehnungsstreifen, keine tiefen Risse, nicht mal ein Hauch Zellulite. Wie können Menschen so unverschämt schön sein? So sehr ich auch Fehler suche, ich finde keine. Ich merke, wie unerträglicher Neid in mir aufsteigt und hasse im selben Moment dieses Gefühl. Ich bin ja schließlich selbst schuld. Hätte ich die Diät doch einfach durchgezogen, ohne Challenge, ganz für mich alleine. Pläne hatte ich mir schließlich genug gemacht. Trotzdem habe ich den Startpunkt Woche für Woche weiter vor mir hergeschoben und die Diäten immer radikaler werden lassen, um doch noch mein Ziel zu erreichen. Enttäuschung steigt in mir auf. Das hier wäre es wert gewesen. Dieses eine Mal hätte ich stark sein müssen. Aber ich habe versagt. Mal wieder. Wie immer. Daran ist niemand außer mir schuld. Schließlich stand in den letzten Monaten keine dunkle Gestalt neben mir, die mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen hätte, ständig diesen ganzen Mist in mich hineinzustopfen. Meine Finger schmerzen und ich schaue auf meine Hände. Das passiert immer, wenn die Ertäuschung in Selbsthass umschlägt. Ich drücke meine Daumennägel fest in das mittlere Glied der Zeigefinger, bis sie beinahe die Haut einschneiden. Je stärker der Schmerz, desto stärker wird wieder dieser Gedanke, der schon viel zu oft der Startschuss für eine Fressattacke war. Komm schon, Jana. Nur noch dieses eine Mal. Ist noch ein allerletztes Mal alles, worauf du Lust hast. Und ab morgen nie wieder. Dann fängt dein neues, glückliches Leben an. Während ich mir Bilder vorstelle, was ich mir bei diesem letzten, finalen Fressflash nochmal gönne, sodass mir schon das Wasser im Mund zusammenläuft, beginne ich, die Mädchen als Motivation zu sehen. Ich will dazugehören. Ich will so aussehen und so lachen wie sie. Ja, Binge-Eating ist die häufigste Erstörung in Europa und leider auch die unbekannteste. Die Missbeisten wissen gar nicht, dass sie Hilfe verdient haben und dass es Heilung gibt. Wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.